hallo und recht herzlich willkommen zurück auf meinem kanal ich bin der Mehdi und ein kleines update video nur so mal nebenbei ich möchte mich gerne schon mal für die schlechte audioqualität der nächsten kommenden videos entschuldigen und zwar liegt das daran ich habe von nvidia das rtx voice programm probiert was nebengeräusche ja genau was nebengeräusche filtern soll und das hat sich irgendwie nicht so ganz vertragen mit gleichzeitig aufnehmen und das video machen weil das halt auf die weil das über die grafikkarte läuft und dementsprechend haben wir da so ja veränderungen in der stimme hin und wieder mal drin und dementsprechend nicht sauer sein ich werde das ab nächster woche nicht mehr benutzen also wenn ich nächste woche die videos mache für darauf die woche und dann sollte die audioqualität wieder ganz normal sein so wie sie so wie wir sie kennen und ja nicht nicht sauer sein lasst gerne ein abo da wenn euch das gefällt was ich mache und dann sehen wir uns auf jeden fall in der nächsten woche haut rein